Ihr Lieben, ich habe hier den Bengalo von Lidl, das ist ein Barbados Rum und ich bin mal gespannt, wie dieser doch recht günstige Barbados von Lidl schmeckt. Herzlich Willkommen auf Rumtastisch, mein Name ist Sven, hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums und jetzt habe ich noch das Intro für euch. Und Lidl hat eine ganze Reihe an Rums, an Premium Rums und da habe ich mir hier den Barbados mal rausgesucht jetzt. Ich werde nach und nach zu jedem der Rums ein Video machen und je nachdem wann ihr das Video schaut, schaut doch einfach mal vorbei oder schaut mal auf rumtastisch.de, ob ihr nicht schon das eine oder andere Video zu den jeweiligen Rums auch findet. Was haben wir hier? Wir haben Rums, die kosten 17,99 Euro und sie kommen aus allen Herren Ländern sozusagen, aus allen Rum herstellenden Ländern. Wir haben Barbados, Belize, wir haben Martinique, Jamaica ist dabei, Panama ist dabei und es muss noch einen sechsten geben, der mir jetzt aber gerade nicht einfällt. Schaut also wie gesagt mal auf meiner Homepage vorbei. Hier und heute haben wir den Barbados Rum und wir schauen uns als erstes mal die Flasche an und dann erzähle ich noch ein bisschen was über Barbados, während ich mir dann den Rum einschenke. Ich habe hier ein Video vorbereitet, ein kleines und das zeigt euch die Flasche einmal in der Nahaufnahme und zwar haben wir hier den Bengalo. Da sehen wir vorne schön groß den Aufdruck des Markennamens, aber was uns halt auch auffällt direkt ist hier einmal der Tiger. Links, das ist schon so, ich nehme an, das ist ein Tiger. Also auf jeden Fall dieses Logo, das ist immer an der gleichen Stelle und bei jedem Land gleich, nur dass die Farbe der Flasche sich unterscheidet. Wir haben hier jetzt gelbe Schrift auf blauem Grund, die Flasche ist komplett lackiert und jedes Land hat seine eigene Farbe. Auf der Rückseite, das seht ihr jetzt gerade im Bild, habt ihr dann noch eine kurze Beschreibung über das Land und den Aufdruck, wie viel Liter drin sind, also 0,7 Liter und dass es sich um 40% Volumen handelt. Vorne zusätzlich auf dem Bild sehen wir immer dann das jeweilige Land, also in diesem Fall Barbados und dann steht da auch 13 Grad, 10 Minuten Nord, 59 Grad, 32 Minuten West. Das ist dann die Lage Barbados und dort wurde der Rum hergestellt bzw. da ist die Lage der Insel. Ich werde das Video jetzt hier mal wieder ausmachen und werde euch, nein, werde mir das erste Mal den Rum jetzt aufmachen und während wir dann einen kleinen Augenblick warten, damit der Rum ein bisschen die Möglichkeit hat, sich mit dem Sauerstoff hier zu verbinden, werde ich nochmal ein bisschen was über Barbados erzählen. Für alle, die jetzt vielleicht bei Lidl vorm Regal stehen und die interessiert, was habe ich denn hier eventuell eigentlich? Habe ich hier einen guten Rumpf für 17,99 Euro? Generell kann ich euch sagen, ich bin beeindruckt über den Preis. Gute Qualität bei Barbados rum fängt meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, sagen wir mal so, ungefähr bei 40 Euro an. Wenn ihr so richtig guten Barbados rum haben wollt, dann solltet ihr bei 40 Euro einsteigen. Aber wir testen ja nun mal hier diesen und da möchte ich einfach mal, ich habe es auch noch nicht probiert, möchte ich einfach mal wissen, was kann ein 17,99 Euro rum? Ihr müsst natürlich bedenken, das Ganze ist nicht rum im Wert von 17,99 Euro, sondern die Flasche mit allem kostet euch 17,99 Euro. Ich will sagen, da ist natürlich auch noch Alkoholsteuer drauf, die der Verkäufer gezahlt hat. Da ist die Mehrwertsteuer drauf, die der Verkäufer anschließend noch draufschlagen musste. Er hat aber einen ganz anderen Preis vorher auch dafür bezahlt. Er muss die Flasche bezahlen. Das Labeln hier dieser Flasche mit Volllack, das kostet richtig viel Geld. Das sind mehrere Farben, die hier auch benutzt wurden. Gelb, schwarz, weiß, blau sowieso hier als Cover. Dann ist das ein recht wertiger Korken tatsächlich. Und da bin ich halt gespannt, was kann denn ein Rum? Weil, wenn ich das richtig sehe, bleiben ungefähr 10 Euro, wenn überhaupt für den Barbados rum, über. Ich bin gespannt. Das Ganze wird vertrieben durch Eckarts Wachholderbrennerei in Tole. Und das habe ich mir hier aufgeschrieben. Und ich möchte euch unbedingt auch mal vorlesen, wie enthusiastisch Lidl das Ganze hier auf ihrer Homepage ankündigt. Hier steht nämlich der Ron Bengalo Barbados Rum. Also Ron Bengalo aus Barbados ist ein tolles Erlebnis für jeden Rumliebhaber. Rums aus Barbados gelten allgemein als raffiniert und elegant. Wir glauben auch, dass wir hier in dieser Flasche einen eleganten haben. Ziehe also dein bestes Kleid oder deinen besten Anzug an. Und Prost auf Barbados. Also meinen besten Anzug habe ich tatsächlich angezogen. Kann man so sagen. Ansonsten, ich bin auf jeden Fall gespannt. Er wird hier halt richtig, richtig edel verkauft. Und warum nicht? Das macht ja die Spannung jetzt aus. Was taugt meiner Meinung nach ein Supermarkt rum, der preislich halt doch sich abhebt von den üblichen 5,99 Euro, 8,99 Euro Rums. Barbados ist bekannt für seinen fruchtigen, würzigen, doch eher, also fruchtig, reichhaltigen kann man sagen. Und sehr milden, sehr milden Rum. Halt eben nicht so würzig und overpasted sozusagen. Sondern mild, fruchtig und aber durchaus auch reichhaltig süß. Dafür ist Barbados bekannt, so. Das wollte ich sagen. Als erstes, ihr Lieben, werde ich jetzt mal riechen, wie das Ganze hier an der Nase wirkt. Und ich muss sagen, der riecht sehr angenehm auf jeden Fall. Hat keine hohe alkoholische Spitze. Ich rieche Vanille. Ich rieche Karamell. Und ich rieche eine, 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 das riecht ein bisschen floral tatsächlich sogar. Also diese, diese typische milde, also da sind so, so Gelbfrüchte dabei, da ist Mango dabei, da ist vielleicht sogar ein bisschen Raucharoma dabei, was eher untypisch ist. Und ich habe aber hier auch ein bisschen was Florales in der Nase. Auch das ist nicht unbedingt typisch Barbados. Aber das passt hier gut rein, finde ich. Insgesamt riecht er aber, ihm fehlt so ein bisschen die Power. Er riecht noch recht jung sozusagen. Er ist nicht lange gereift, meiner Ansicht nach. Und das riecht man ihm sozusagen an, dass er da nicht der Älteste seiner Art ist. Ansonsten hat er einen ausgewogenen, angenehmen Geruch. Das kann ich sagen. Ich bin gespannt. Ihr Lieben, Prost. 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 Der schmeckt sehr angenehm. Er ist, hat eine gewisse Süße, hat jetzt übrigens gerade im Abgang eine deutliche Bittermandelnote auch. Er kommt leicht daher, geht seich über die Zunge, bringt eine Süße mit, einen Geschmack von Vanille und eine ziemlich deutliche Rauchnote tatsächlich, die immer noch meiner Meinung nach untypisch für Barbados rum ist. Die Holzigkeit ist deutlich, obwohl er meines Erachtens nach ja nicht so alt war und so lange gelagert war. Trotzdem schmeckt man gerade im Abgang so eine Holzigkeit. Aber, und das muss ich auch sagen, er hat zu Anfang keine, kein Wumms. Also Barbados rum hat generell nicht den Mega Wumms. Aber es ist mir doch ein bisschen zu flach noch. Da gibt es durchaus, also gerade wenn er länger gereift ist, durchaus noch intensivere Rums. Ähm, aber er ist durchaus angenehm. Also ich finde, ich nehme vorher noch mal einen Schluck, bevor ich mein Fazit ziehe. Ich rieche jetzt übrigens Zitrusfrüchte eher. Vielleicht ist es das Florale. Das Florale und die Gelbfrucht verbindet sich zu so einem Eindruck von Zitrusfrucht im Moment. Ich muss noch mal einen zweiten Schluck nehmen. Seicht angenehm. Barbados mit Raucharoma. Und, ähm, es fehlt ihm, es fehlt ihm so dieses Aha-Erlebnis, für den ich meinen Anzug anziehen sollte. Ähm, äh, mein Fazit. Ihr Lieben, ich finde, für einen Supermarkt rum sind wir hier auf der richtigen Spur. Ich finde es sehr spannend, dass, äh, Lidl, also ein Supermarkt, ein Supermarkt, der für mich, zumindest für mich persönlich, eher auch einer ist, der, den ich sonst so wahrnehme als, äh, Markt, der billige Sachen hat. So, und der aber auch immer so seine Spezialwochen hat sozusagen, wo dann richtig coole Sachen aus verschiedenen Ländern dabei sind, dass so ein Markt, ähm, sich quasi die Mühe macht oder so ein Markt es wagt, eine ganze Reihe Premium-Rums zu erstellen und Premium-Rums quasi im Regal zu haben. Ich bin mal gespannt, wie lange die dort verfügbar sind. Ähm, das werde ich auf jeden Fall mal wirklich mit Spannung beobachten. Zum Fazit. Ihr habt, wenn ihr einen Barbados-Rum sucht, ich denke hier einen guten Einstieg. Ihr bekommt zumindest schon mal einen Eindruck davon, dass es Rums gibt, die besser sind, auch von der Qualität, als ein 5,99€ Rum. So, als solcher ist das ein wirklich großer und guter Schritt, wenn ihr den schon mal geht und es wagt quasi mal 18€ für einen Rum auszugeben. Das ist schon ein guter Schritt und da bekommt ihr meiner Meinung nach hier etwas Gutes. Ihr werdet nicht enttäuscht, das ist wirklich gute Qualität. Aber ihr könnt auch noch eine Stufe höher gehen und ihr könnt theoretisch, glaube ich, mindestens noch zwei oder drei Stufen auch hoch gehen. Nach oben hin ist kaum ein Ende offen. Ist letztendlich aber auch wieder Geschmackssache. Ihr könntet noch eine Stufe höher gehen, wenn ihr richtigen Barbados-Heftigen-Schönen-Rum haben wollt. Und dann seid ihr vielleicht doch noch bei einer Stufe bei 40€ weiterhin gut bedient. Ich finde, ich bleibe bei meiner, bei dieser Meinung. Das ist eine coole Sache. Er ist aber mir ein bisschen zu flach. Also, schöner Einstieg. Macht es auf jeden Fall. Holt ihn euch. Schaut auch mal, ob ihr eventuell irgendeinen anderen Rum, irgendein anderes Land, ob ich das mal interessiert habt. Denn dann solltet ihr euch das für den Preis auf jeden Fall mal holen, meiner Meinung nach. Ich werde sie alle ausprobieren hier. Ich werde sie alle durchprobieren. Und lade euch herzlich ein, in den Videos hin und her zu seppen, sozusagen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und teilt es mit euren Freunden. Abonniert den Kanal. Dann werdet ihr mich benachrichtigt, wenn ich das nächste Land teste. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben, nüchtern bleiben. Prost. Out.